So weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir sind wieder bei am Start Ja mal gucken was heute so passiert ich habe einfach mal Mal schauen was heute so alles passieren kann Während der sich hier dann immer mal zurecht legt Ich hoffe ich habe es nicht zu doll übertrieben ein bisschen Blattgold hier und da ein paar Spritzer Schellack auf das Holz alles neu gepolstert und wie gefallen dir die Lampenschirme? Gut bisher So mal gucken was heute wie gesagt anstellt ich weiß es doch nicht was jetzt auch nächstes erwartet dass was jetzt irgendwo am nächsten ist Das werden wir heute auf jeden Fall machen ich guck mal gleich mal wegen Level Fähigkeiten Fähigkeiten wir haben zwei Level okay Da machen wir das doch mal und Haben noch kein Level ab Ach schade ich dachte mir wir kriegen jetzt nur noch mal Herstellung Was ist denn Upgrades Haben wir da noch gar nichts was wir jetzt machen könnten Guck mal gerade war da irgendwas Ja wenn wir mal ein bisschen die polizeibestechung rein damit war Da jetzt gab es die Ruhe haben Gewaula boom So Disponent Und die Waffenbrüder Gut Gut Immer mal mehr da mitnehmen So ich guck grad ob wir hier Oh Gott sagt safe mitnehmen Nehmen wir mal auch das wieder mit Und jetzt guck ich mal gerade ob wir noch was an der An der Attentatswand haben Ne Und hier haben wir auch nichts ne gerade bei der Ich hab ein weiteres Fähigkeitspunkt So und dann gucken wir mal wo wir überhaupt sind Halt Halt Die Karte ist hier Bereitige Schatzkammer Die gesamten Ding Wo der stärkste überlebt Da könnten wir jetzt als nächstes hin Ja dann machen wir das doch Vorher machen wir noch einen Abstecher hier oben zum Aussichtspunkt Also wie gesagt wir gehen jetzt jetzt hier Wir machen jetzt hier die nächste Aufgabe hier So Also wie gesagt Ja ja schon klar Oder machen wir heute mal Ne wir machen heute was anderes Komm Können wir das hin Die Aufgabe hier die Vorarbeiter betüten Und die Kinder befreien Heute mal so ein bisschen was anderes Ja als Stopp Mission Weil das müssen wir ja auch mal gemacht Irgendwann Das kriegen wir ja schon So Also Klar Alarmglocke Das weiß ich Aber dann machen wir heute das hier Komm Machen wir heute mal die Fabrik Ich guck gerade mal wie ich hier reinkomme Ich behalte den Borschen im Auge Machen wir die beide mit Der steht hier Geh mal bitte weg Geh mal bitte weg gerade Ah 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 Jetzt perfekt Ich geh weg Ich geh weg Ja Ich will jetzt mal hier weg Gerade Scheiße Da habe ich anonym werden musste Okay Dann machen wir weiter mal ein bisschen Was machst Siehst du nicht Sieben Sternen Wo ist er denn Da ist er Da ist er Ah Ah Schraub dir den Kopf ab Ah 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 Oh wie sie kann Ah 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 Ich hab dich getötet Scheiße Hatte ich so schön Dings Hatte ich so schön In der typen Und da Will er nicht mehr Anreifen Dann machen wir heute mal ein bisschen Da dir mal wieder mal ein bisschen Fabrik Überfreien Das haben wir ja schon mal gemacht An irgendeiner Mission Ziemlich am Anfang mal Aber dann machen wir heute Einfach mal ein bisschen entspannt Ah So kurz Ich weiß es ist zu spät Ne Ich weiß es ist Ich weiß es ist Wollte Ich weiß es ist Was ist Oh, ich hab dich nicht zum Glotzen eingestellt. Ach, steht mir doch nicht einmal am Weg. Oh, ich hab dich nicht zum Glotzen eingestellt. Ich hab dich jetzt im Moment warten, weil der da jetzt immer noch blöd im Wege rumsteht. Oh, ich hab dich nicht zum Glotzen eingestellt. Das war die Super-Hälte zu mir. Ja, super! Na, ich stehe doch mal! Ach, mein Gott! Das Problem ist, dass ich einfach nicht da hochkomme, weil die mich sofort wieder bei der Decke schießen. Was will dem wieder denn hin? Schussbereit! Kommt hier nicht in einem Schritt los! Puh! Glück gehabt! Ich muss mich grad ein bisschen orientieren, dass ich immer mal aus dem Kampf rauskomme gerade. Gut, das ist jetzt in Ordnung, dass die mich jetzt gerade so ein bisschen... Glocke! So, dass ihr nicht nochmal was machen könnt. So, ich muss die Kinder natürlich jetzt erstmal befreien, aber ich hoffe, dass ich jetzt keine Feinde mehr hier oben geistern habe. Schauen wir doch noch ein paar. So, alles natürlich erstmal hier in Ruhe wegholen. So, den nehmen wir nochmal kurz mit hier, den Jungen. So, alle weg. Oh, die Kinder befreit. So, den haben wir auch weg. Natürlich keine Alarm, aber Kinderbefreiung haben wir ausgelöst. Ja, beziehungsweise Kinderbefreiung haben wir gelöst. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed und dann geht's am Mittwoch jetzt weiter. Bis dahin und tschüss.